Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Oliver Rückgauer. Ilum ist ein Start-up-Projekt, das von einem Berner entstanden ist. Er lebt auf Fuerta Ventura. Das ist der Bruder von Nicolas, Marc. Fuerta Ventura hat spezielle klimatische Bedingungen über 360 Tage im Jahr Sonne. Und eigentlich jeden Tag Wind. Sehr gute Voraussetzungen für nachhaltige Energie zu produzieren. Marc und uns haben auch getroffen, anfangs dieses Jahr. Er hat mir von diesen Möglichkeiten erzählt. Das war an einer Blockchain-Konferenz. Da ist immer mehr und mehr die Idee entstanden, wir müssen gewisse Elemente miteinander verknüpfen, dass wir etwas für Nachhaltigkeit und für eine Energiewende tun können. Und daraus ist das Projekt Ilum entstanden. Meine Rolle im Ilum ist, ich bin im Verwaltungsrat. Mein Hintergrund ist, ich bin seit 35 Jahren in der IT unterwegs. Und zwar immer an der Schnittstelle zum Business. Man hat immer eine einzige Frage beschäftigt. Wie verändert die Technologie die Art und Weise, wie wir wirtschaften? Und das ist auch mit einer Blockchain-Technologie so. Wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen. Vielleicht kurz zu dir. Ja, danke vielmals. Mein Name ist Igor Lanz, eben der Bruder von Marc Lanz, der Ilum eigentlich ins Leben gerufen hat. Ich gehe bei Hur Bern, ich bin noch nicht zu alt, aber ich bin seitdem und jetzt in Bern. Und habe eigentlich zehn Jahre in der Versicherungswirtschaft gearbeitet. Ich habe mich immer sehr für Start-ups interessiert. Und dementsprechend auch für nachhaltige Themen und neue Technologien. Und das war für mich einfach, mich dafür zu entscheiden, das Start-up hier zu unterstützen. Und entsprechend vor über einem Jahr meine ursprüngliche berufliche Tätigkeit aufgegeben wird. Und wirkt mir jetzt eigentlich von dem ganzen Projekt Ilum. Und wie der Oliver Rückgauer schon gesagt hat, von Eta Ventura habt ihr jetzt schon mal gehört. Kanarische Insel. Sehr reichhaltig an natürlichen Energiequellen. Und was eigentlich die ursprüngliche Idee auch noch war, um das nochmal ein wenig zu erläutern, ist, man hat eigentlich festgestellt, dass die starke Sonneneinstrahlung, und der Wind nicht nur für Windsurfer und Badegerste sehr spannend ist, sondern auch mit nachhaltigen Energien zu arbeiten. Wir sehen von Eta Ventura aktuell, dass mit nachhaltigen Energien gearbeitet wird. Also Solarpanels zum Beispiel und natürlich Windrädchen. Was aber meine Brüche eigentlich ein wenig zu denken gegeben hat, ist, dass viele Windrädchen zum Beispiel gar nicht laufen. Und die anderen weiteren Co-Founders, die dort dabei sind, konnten wir erklären, warum das so ist. Also erstens, manchmal ist der Wind einfach stark. Das heisst, dann darf man die nicht laufen lassen, sonst würde die kaputt gehen. Und zweitens ist eigentlich der Kern nicht so voll im Raum. Das sind politische Interessen dahinter. Das sind Interessenkonflikte. Wir haben eine Monopolfirma, die die Stromversorgung geregelt, und die natürlich ihre eigenen Interessen durchdrücken. Und Investitionen, die dort im erneuerbaren Bereich sind gemacht worden, zu unterdrücken. Und die Idee ist eigentlich ursprünglich gewesen. Wir haben jetzt so auf einem Entneid-Programm, wo es darum ging, haben wir uns überlegt, wie kann man die hier wieder aktivieren. Wir sind schnell auf die Idee gekommen, Off-Grid, die euch dann auch wie begleitet wird, Präsentation. Also, dass wir diese vorhandenen Infrastrukturen wieder nutzbar machen. Und dort eine Plattform entwickeln, wo man das dann auch fördern kann, auch ausserhalb von Fuerteventura. Im Zusammenhang mit der Energiewende, die der Oli wird euch später noch nicht erklären. Und das war natürlich ein Liebes gewesen, dass wir gerade im Blockchain-Hype gesagt haben, wie könnte man das nutzen. Wir könnten doch Kryptomining betreiben und dann könnten wir die Plattform oder die ganzen Projekte, die wir auch als Piloten vorstellen, finanzieren. Wir sind mittlerweile von dem weggekommen. Wenn wir festgestellt haben, wir dürfen uns nicht zu fest auf diese Themen fokussieren. Und wir würden uns natürlich auch eine eigene Industrie einlassen, die eigentlich nicht mit dem Kern von uns zu tun hat. Und gleichzeitig hätten wir auch noch, dass wir eine Public Sale machen wollen, einen ECO, den viele schon entnommen haben. Wir sind auch von dem gekommen. Wir wollen uns auf einen Pilot fokussieren in Fuerteventura. Wir wollen aufzeigen, dass wir in dem Bereich Nachhaltigkeit, zusammen mit dem Oli, das erklärt, können wir arbeiten. Dass wir ein Autark werden können. Und dementsprechend konzentrieren wir uns jetzt momentan wirklich auf den Pilot. Und was dann später passiert, das wird die Zukunft zeigen. Und wie das genau aussieht, und ein paar Basics zu den Technologien, die wir anwenden, wird euch gerne lieber ermöglicht. Dann möchte ich gerade zum Start noch schnell den Link zu Open Source machen. Das, was wir hier machen, die Idee, jetzt auch mit dem Pilot auf Fuerteventura, eine autarke Energieversorgung mit nachhaltigen Energieträgern sicherstellen, ist etwas, das wir nachher in die Welt tragen möchten, im Sinne von Open Source. Dass man das nehmen kann, dass man das kopieren kann, dass das auf der ganzen Welt entstehen kann. Es ist ein ambitiöses Vorhaben, aber irgendwo muss man es mal anpacken. Die Open Software Foundation liegt auch schon als Zeit zurück. Die Ideen haben wir hier aufgenommen und versuchen das mit den aktuellen den Sinn des Geschäfts, das hinten steht. Das ist das, was mein Thema dahinter ist. Wie verändern sich die Märkte? Wie verändern sich die Geschäftsmodelle? Und wir glauben, dort ist auch der Ansatz, um überhaupt eine Veränderung in der Welt hinzubringen. Auch das wieder ein Link zu der Open Software Foundation, die gesagt hat, da steht kein Businessmodell hinten dran. Und das sind eben genau die Businessmodelle, die heute drüber sind. Auch hier haben wir knappe Ressourcen, Energie, in welcher Form wir sie auch gewinnen. Irgendjemand kontrolliert und wacht über diese. Und das hat Sinn gemacht in den letzten Jahrhunderten, dass man das so macht. Unsere Gesellschaft, unsere Strukturen verändern sich aber. Und wir glauben, dass es auch dort einen wesentlichen, vielleicht disruptiveren Ansatz braucht, als das wir heute haben. Und das möchte ich jetzt zeigen, wie wir das sehen. Ich möchte jetzt erst einmal kurz über die Energiewende reden. Ganz salopp, also jetzt nicht im Sinne einer politischen Diskussion, es hat ein paar interessante Fakten da drinnen. Auf der einen Seite gehören wir nämlich hier. Hier sehen wir, der Energiehunger dieser Welt nimmt ständig zu. Nicht nur in der Schweiz, die Energie ist hier einigermassen stabil, würde ich jetzt mal behaupten. Aber weltweit natürlich, mit diesen vielen aufstrebenden Ländern, Wirtschaften, die hier entstehen oder Wirtschaftsräume, nimmt der Energiebedarf zu. Interessant ist, wenn ihr die Grafik links anschaut, dann seht ihr, mit welchem Energieträger hier geschaffen wird. Gas, Kohle, Öl, Nuklear bleibt so einigermassen stabil. Es werden immer noch nuklear, wir machen unser erstes dazu. Es werden weltweit aber immer noch neue gebaut. Und wenn man sieht, der grüne Anteil oben dran, erneuerbare Energie, reicht eigentlich gar nicht mal, um das zu decken, was an neuem Energiebedarf entsteht. Also hier ist eine globale Sicht für die ganze Welt. Und auf der anderen Seite habe ich hier aktuelle Dinge vom Bafu, von 1990 bis 2015 sozusagen den CO2-Footprint der Schweiz. Und auch hier, interessant, schau mal unten hier, die grünen Haushalte, Industrie, Dienstleistungen etc. Dort nimmt die Emission von CO2 kontinuierlich ab. Auf der anderen Seite, beim Verkehr, sehen wir immer noch den Trend gegenüber. Und jetzt kommt für mich ein grosser Widerspruch. Energiebedarf geht weltweit hoch. CO2-Emissionen im Sinne des Klimawandels etc. wollen wir drücken. Also wollen wir jetzt EU-Parlament gerade entscheiden, oder man ringt noch darum herum, Elektromobilität in Vordergrund stellen, wo natürlich wieder einen Bedarf hat nach Elektrizität. Und wenn wir das Ganze mit diesen Energieträgern befeuern, dann ist das überhaupt gar nicht klimaneutral. Also da frage ich mich, wie wir diesen Spagat eigentlich machen möchten. Und das Zweite, was mir auffällt, hier, wir Schweizer sind vielleicht eigentlich auf der Weltkarte, denke ich sehr gut, ich möchte jetzt China hier nicht sehen. Es sieht sehr anders aus, auch überall steigende Tendenzen, was die CO2-Emissionen anbelangt. Wir haben hier ein globales Phänomen, wir können aber nur lokal etwas machen. Und das sind so die Ansätze, das waren Fragen, die uns angefangen haben, und wir haben uns überlegt, wie könnten wir da eben etwas machen, wo wir in dieser Welt etwas Nachhaltiges liefern. Und dann müssen wir mal in die Wertschöpfung reinschauen vom Energiesystem. Und da haben wir etwas, wie wir vorher gehört haben, im letzten Vortrag, sehen wir auch hier wieder, die Welt dieser Infrastrukturen. Etwas zu besitzen, Recht daran zu haben und dann zu sagen, jawohl, meine Abundance, also meine Fülle, die ich hier habe, in diesem Sinne auch Energie, oder? Und auf der anderen Seite die, die Energiebedarf haben, das zusammenzubringen. Wir denken heute noch in der Energie, in einer alten Welt, sehr stark im Sinne von Infrastruktur. Wir haben eine Erzeugung, wir haben ein Handel, wir haben ein Netz, wir haben hier das Mieterring. Der Markt hier in der Schweiz noch nicht in diesem Sinne liberalisiert, in der EU geht das schon weiter. Und wir sehen, es kommen neue Sachen hier. Die neue Welt geht mehr in Richtung Dienstleistungen. Es kann Steuern sein, die Steuern von Energie, wir haben intelligente Gebäude, das Gebäude wie wir heute drin sind, ist Energieoptimal, etc. Es sind alles kleine, einzelne Sachen, die wir irgendwo miteinander verbinden müssen. Und interessant ist, wenn man das mal vom Geschäft anschaut, dann haben wir hier eigentlich eher so steigende Verdienstenmargen. Auf dieser Seite nimmt es eher ab. Wir haben hier die grossen Infrastrukturen, Skaleneffekte. Und wenn wir das von aufbrechen, können wir plötzlich in kleinere Einheiten. Und wenn wir das mal so grob über allein sprechen, haben wir plötzlich neue Wertschöpfung. Dekarbonisierung plötzlich mal als Wertschöpfung denken. Wie können wir durch Energieerstellung, eben mit erneuerbarer Energien, etwas dazu beitragen, dass die Welt dekarbonisiert wird, der Klimawandel eigentlich kann stattfinden, die Erderwärmung kann gestoppt werden. Übrigens habe ich auch ganz vergessen, auf der letzten Folie dort, wo man den Energieverbrauch weltweit sah, gibt es so interessante Phänomene, nämlich zum Beispiel mit den Herkunftsnachweisen von erneuerbarer Energie. Wenn wir Deutschland anschauen, wo eigentlich graue Energie hat, ist sie statistisch gesehen, oder wenn man so über allein spricht, können sie sagen, wir haben einen grossen Anteil an grüner Energie. Was machen sie? Kaufen die Zertifikate von Norwegen. Aber es kommt kein Deutscher, es kommt grüner Strom über sein Kabel, sondern das ist nach wie vor grauer Strom. Also wir müssen irgendwo die Globalität, die Lokalität, müssen wir neu definieren, müssen wir zusammenbringen. Und da spielt Dezentralisierung eine wichtige Rolle. Wir haben es auch heute Morgen gehört, im Zusammenhang mit der Open Source, Dezentralisierung, neues Modell, neue Strukturen. Unsere Gesellschaft in der Schweiz, mit der direkten Demokratie, ist eigentlich schon dezentralisiert. Wir haben hier sehr viel Wissen über das. Wir haben Erfahrung, wie so etwas funktionieren kann. Versuchen wir einmal mit einem Amerikaner, und da meine ich nicht nur der Trump damit. Er soll erklären, was direkte Demokratie ist. Für ihn ist das ein Tweet absetzen. Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle hier. Erste Digitalisierung wird uns neue Möglichkeiten bringen, Systeme aufzubauen, wo man vorher irgendwo in Allgemeinheit in Infrastruktur investieren musste, wo man es runterbrechen kann, wo man Sachen wieder teilen kann. Und das führt letztlich eigentlich zu einer Demokratisierung des Systems, wie auch eine Open Source Software, ein demokratischer Ansatz ist, wo man einen Konsens darin finden muss. Und wenn wir schauen hier, technologisch hat es hier interessante Treiber. Lassen wir mal die Politik alles auf der Seite. Hier hat es Treiber darin, wo wir sehen, wie die Kosten abgenommen haben, zum Beispiel von Solarpanels. Das wird immer attraktiver, in diese zu investieren. Also von 2008 auf 2016 hat sich das mehr als halbiert. Das ist noch ein Fünftel der Preise. Auf der anderen Seite haben wir so neue Technologien, wie das Internet of Things. Die Sensoren kosten praktisch nichts mehr. Ihr wisst aber gar nicht, wie viele Sensoren es um ein Handy drin haben. Die Sensoren sind nachher da, um eben solche Gebäude intelligent zu machen, können auch auf die Aussenwelt reagieren. Jetzt ändert das Wetter. Das sehen wir schon im Voraus. Also kann ich die Heizung entsprechend anpassen, etc. Es sind alles einzelne Ansätze, die wir fahren können. Energiespeicherung, Batterien werden auch immer günstiger. Es schafft eine gewisse Autonomie. Heute haben wir das Problem, dass alle zusammen, die Photovoltaik auf dem Dach haben, wenn es heute Nachmittag Sonne haben, haben alle Energie. Wenn es morgen regnet, wo ist die Energie? Die ist nirgends mehr. Wir müssen sie irgendwo speichern können. Und dann kommt dazu, dass wir hier neue Digitaltechnologien haben, wie das Internet of Things, wo wir eben jetzt physische Sachen, wie ein Gebäude plötzlich in den digitalen Kreislauf beginnen können, einbinden, steuern, Informationen austauschen und damit physische Güter diesen digitalen Prozessen zuführen. Die Blockchain selber, da komme ich nachher noch drauf, wo wir im Moment nichts davon verlieren, ist ebenfalls für uns eine treibende Technologie, um die Plattform herzustellen, welche uns da überhaupt vorschwebt. Und dann kommen so Sachen wie Machine Learning, Computer, die denken wie Menschen. Google ist dort führend. Da sagt vielleicht einen Unterschied, die, die Siri haben, nerven sich eher an der Siri. Probiert mal ein Google Home oder ein Alexa. Die Dinge sind wesentlich schlauer. Das ist eben nicht künstliche Intelligenz, sondern das ist Machine Learning. ein ganz anderer Ansatz, funktioniert wie unser Hirn. Und was diese Dinge können, die können aus Daten plötzlich Muster sehen. Und die Muster sind wesentlich, um Energieeffizienz zu steuern, um vorausschauen etc. Die Möglichkeiten haben wir heute gar nicht. Und wenn wir das Ganze miteinander verknüpfen, dann entstehen hier neue Markt- und Geschäftsmodelle. Und genau diesen Proof of Concept wollen wir nachher antreten mit dem Pilot in Fuerteventura. Wenn ich das System hier anschaue, hier haben wir eigentlich auf der linken Seite das zentral gesteuerte, graue Energiegerät. Das Zentralsystem, einmal kommt rein, es wird verteilt. Wir können auch heute Stromlieferanten nicht wählen. Das soll sich alles ändern, wenn auch immer diese kommt. Aber es ist ganz klar, wir haben eine ganz klare Rolle von Produzenten über irgendwelche Infrastrukturen zum Konsumenten. Jetzt drehen wir das Spiel um. Jetzt nehmen wir das mal vom Grid weg. Völlig weg, eine spummige Idee. Wir nehmen einfach irgendwelche Einheiten, Regionen, ich habe hier gesagt, ein paar Häuschen. Wir nehmen die Technologien, die ich vorher gezeigt habe, machen die Häuschen intelligenter, steuerbar etc. Wir machen sie zu Produzenten, also ich werde zum Prozumer. Ich konsumiere nicht nur Energie, ich erzüge Energie mit Photovoltaik, mit Wärme etc. Abwasser usw. und kann diese wiederum teilen mit Leuten in meiner Region. Das heisst, wir zentralisieren plötzlich das Energiesystem. Was hier unten passiert, die zentrale Infrastruktur bekommt eine ganz andere Bedeutung. Wichtig ist, wir müssen Energieverträger und Speicher miteinander kombinieren. Wir müssen nicht nur in Elektrizität denken, Wasserstoff z.B. Erzeugen zur Speicherung, die man wiederum als sekundäre Energie anderen Kreisläufen zuführen kann. Die zentrale Energieerzeugung und Verbrauch, digitale Vernetzung von Gebäuden, Quartieren, Regionen etc. im Kleineren denken, nicht global, nicht gross, nicht in grossen Infrastrukturen, sondern wieder das sogenannte Divide and Conquer, das ich über Softwareentwicklung gelernt habe, teilen und herrschen, grosses Problem in kleine zerstückeln und die wieder zusammenzubauen. Das ist eigentlich das Ziel, das wir hier machen wollen. Wir wollen demokratische Mechanismen reinbringen, via Blockchain. Wir wollen Automatisierung anstatt Steuerung und eine lokale Optimierung mittels Machine Learning. Was daraus entsteht, ist eine neue Art der Wirtschaft, das ist eine Kreislaufwirtschaft. Der Kreislauf, der hier in so einer autonomen Zelle kann funktionieren, zumindest in unseren Köpfen soweit. So. Wieso brauchen wir hier Blockchain? Ursprünglich haben wir ja den Titel gesagt, Blockchain und Nachhaltigkeit der Widerspruch. Damit wollten wir auf das Mining zielen und zeigen, mit natürlicher erneuerbarer Energie das Mining eigentlich, sagen wir mal, entschärfen. Das ist kein Thema mehr für uns. Das Mining, das wir hier einsetzen, braucht schon gar nicht die Energie. Es ist nicht ein Proof of Work, das wir mal vorausgesetzt, es ist ein Proof of Stake, das wir hier machen. Diese Thematik haben wir in diesem Sinne schon gar nicht. Aber wir nutzen Blockchain, um eigentlich genau das System herzubekommen, die Dezentralisierung, die Demokratisierung, eine Plattform aufzubauen können, die global ist, wo wiederum kleinere Einheiten darauf funktionieren können. Denn wenn ich den Markt von dieser grossen Infrastruktur die ja auch ganz eigene Geschäftsmodelle hat, die vom Skaleneffekt treiben sind, plötzlich in viele kleine Einheiten gehen, die auch Kosten haben und das immer duplizieren, dann funktioniert das vielleicht wirtschaftlich nicht. Wir müssen das eine, das grosse, mit dem kleinen in sich geschlossenen kombinieren können, damit wieder ein Ökosystem entsteht. Also ein wirtschaftlicher Kreislauf. Wieso ist Blockchain so wichtig? Für mich fällt das an, beim Trauen des Geschäfts. Unsere traditionellen Geschäftsmodelle basieren eigentlich auf indirekten Geschäftstransaktionen. Sei das im Handel, sei das im Bankengeschäft etc. Ich kenne Parteien, die ich nicht kenne, mit denen mache ich nicht so gerne ein Geschäft. Ich will Verträge abschliessen etc. Darum haben wir immer wieder ein Intermediär dazwischen. Im Finanzgeschäft sieht man das sehr gut. Das führt dazu, dass jeder seine eigenen Daten hat, zentrale Daten, etwas, was er wieder horten kann, nicht mit anderen teilen. Zum Beispiel die EBS, die wissen ungefähr, was mein Stromverbrauch ist, aber die wissen nicht, was hinten dran passiert. Und dann kommen so Firmen hinein. Das Internet hat leider auch neue Intermediäre geschaffen, Google, Facebook usw. Die kommen, die nehmen hier meine Daten, die besitzen die Daten, die haben aggregierte Sicht über uns alle und die Daten sind nachher Treiber für ihre eigenen Geschäftsmodelle. Wenn wir jetzt Blockchain nehmen, dann können wir das aufbrechen. Dann können wir eigentlich das ganze System nehmen, wir können Parteien zusammenbringen, die sich gegenseitig nicht kennen, die sich nicht vertrauen müssen. Die Blockchain kann das regeln auf algorithmischer Ebene. Da gibt es sogenannte Konsensmechanismen dazu. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber wir können die Vertrauensbasis eigentlich durch Authentizität, Glaubwürdigkeit, Integrität durch Software-Code erstellen. Wir haben heute Morgen gehört, das Code ist der Law. Das Code ist das Gesetz. Das gilt eigentlich genau so hier in der Blockchain. Was ist das Zentrale? Die zentralen Systeme hier, auch wie unser Energiesystem, gehen wir von der Zentrale aus, die steuert, da kommt alles zusammen, von hier aus wird steuert, da wird verteilt. Das hat schon den Nachteil in unserer heutigen digitalen Welt, das sind genau die Knoten, die am angreifbarsten sind. Wo geht der Hacker hin? Bei einer Bank, wo alle Daten zusammenkommen. Wenn ich aber ein Paymentsystem habe, das auf der Blockchain basiert, in einem dezentralisierten Netz, wo die einzelnen Knoten hier untereinander direkt kommunizieren kann, nicht immer über die zentrale Steuerungsknoten muss gehen, habe ich den Angriffspunkt schon gar nicht mehr. Also bringe ich auch schon mal eine Sicherheit hinein, die ich in diesem zentralen System nicht habe. Hier haben wir auch die zentralen Daten. Jeder liefert hier hinein und auch in der Mitte sieht, der hat alles, der besitzt alles, gibt ihm eine gewisse Macht und mit dieser Macht kann er natürlich auch wieder sein Geschäftsmodell beführen. Jetzt die Elemente für die, die die Blockchain noch nicht kennen, ganz kurz, was wir dazu brauchen, ganz ein wichtiger Punkt, hier drin in diesem System, und das ist einer der Treiber für uns, wir wollen auch die Datenhoheit sicherstellen, dass die Daten, die bei euch entstehen, die gehören euch. und dann können wir Blockchain dafür verwenden. In dem nehmen wir die Kryptographie ein, das sind nicht neue Verfahren, die gibt es schon lange. Wir haben Identitäten, die wir hier haben, leider etwas, was die Schweiz noch nicht hat. Wir als Schweizer Bürger haben noch keine digitale Identität, wir reden zwar von digitaler Gesellschaft und digitaler Wirtschaft, aber digitale Identitäten haben wir leider noch nicht. Wir brechen das Netz, nicht im Sinne von Cloud, wo alles wieder zusammenkommt, auf in ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Es spielt keine Rolle, ob die Knoten jetzt gerade aktiv ist oder nicht. Das gesamte System funktioniert weiter, müssen sich diese kennen. Nein, die Spielregeln, und das ist das Interessante an der Blockchain, sind für alle die gleichen. Das heisst, was hier drin passiert, jeder überwacht den anderen, und überall funktioniert es nach der gleichen Regeln. Und so können wir in der Blockchain nachweisen, indem die Daten hier, in ein sonst genanntes verteiltes Hauptbuch oder Distributed Ledger, die wir den Begriff schon mal gehört haben, hineinschreiben, dass die Daten dort drin sind, Integer, sind jederzeit nachweisbar und unveränderbar. Das haben wir heute sonst nie. Also auch die Manipulation als Machtinstrument fällt hier nachher eigentlich weg. Wir haben dafür einen Konsensmechanismus, so wie auch eine Open Software Foundation braucht, um diesen Konsens zu finden. Dieser Konsens muss hier stattfinden, für jede einzelne Transaktion. Dieser Konsens muss auf einer institutionellen Ebene stattfinden, wo das System nachher bestimmt, wie funktioniert das System, welche Regeln angewendet werden. Das ist nicht ein Einzelner, der das bestimmt. Und das ist für mich der Haupttreiber dieser Blockchain, ist die Dezentralisierung. Das haben viele noch nicht gesehen. Das sind wirklich ganz neue Geschäftsmodelle, das sind wirklich ganz neue soziale Strukturen, die man in dieser Form eigentlich noch nicht hatte. Und wenn wir das jetzt etwas mehr technisch anschauen als Plattform, damit ihr dann auch versteht, was mich Nikola erzählen wird, dann haben wir hier irgendwo die Miner. Die Miner sind unabhängig voneinander, da kann jeder teilnehmen, egal welcher Stakeholder. Der Miner hat einen wirtschaftlichen Anreiz da drin, bei uns nicht wie beim Bitcoin Bitcoin zu schürfen, sondern hier geht es darum, eigentlich die Energiesteuerung sicherstellen, die Datenhoheit sicherstellen. Für das kann man dann auch die sogenannten Tokens hier verwenden. Ein Token kann jetzt, in Bezug zur Energie, der Token kann ein Zahlungsmittel sein, etc. kann man unterschiedlich einsetzen. Und am Schluss werden die Daten wie in ein grosses, verteiltes Hauptbuch geschrieben, die für jeden zugänglich ist und transparent ist. Und damit können wir eine Basis schaffen, wo wir einzelne autonome Off-Grid-Zellen wiederum zu einem grösseren Ganzen verbinden, in einem demokratischen System. Spannend ist, wir können auch als sogenannte Orakel reinbringen, das heisst externe Wahrheiten, zum Beispiel das Wetter. Das Wetter kann jetzt hier Informationen einspeisen und das Wetter auf Fuertaventura sollte in den nächsten, ich weiss nicht wie viele Stunden die Sonne führen. Entsprechend kann das System antizipieren, wie steuere ich die autonomen Zellen so steuere, dass ich den Energiebedarf für die nächste Zeit sicherstellen kann, indem ich den Überschuss irgendwo wieder speichern und dann für später, wenn ich die natürliche Energiequelle nicht mehr zur Verfügung habe, wieder nutzen kann. Interessant ist, dass Blockchain hier eine wesentliche Anforderung an die Digitalisierung vom Energiesektor erfüllt. Es ist die Sicherheit, die niedrigen Transaktionskosten. Stellen Sie sich vor, von den Elektrofahrzeugen die auf einem Parkplatz fahren und wenn er auf dem Parkplatz ist, hat es eine Induktionsschleife und dann beginnt er zu laden. Wenn Sie während einer halben Stunde einkaufen ist das vielleicht eine Transaktion von 30 Rappen. Die können Sie nicht mit einer Kreditkarte abrechnen. Die Transaktionskosten sind zu hoch. Auch dort müssen wir neue Modelle haben, dort müssen wir andere Ansätze haben, damit solche Sachen funktionieren. Und das Interessante ist, in der Blockchain kann das als geschlossenes Ökosystem funktionieren. Wir brauchen dafür keine Schweizer-Fränke, wir können einen Niloom-Token für das Ganze und wir können auch Transaktionen machen, die auch von einer Rappen sind, die überhaupt noch finanzierbar sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann verlässliche Messwerten. Wir haben alle in diesem Blick auf die Daten, die wir verwenden können. Ganz wichtig, Stakeholder besitzt seine Daten. Der Einzelne ist übrigens im EU recht festgehalten zur Liberalisierung des Energiemarkts. Dass die Daten, die hier die Smartmieter fassen, die hinterher ist, mein Verbrauch, mein Bachofen, mein Licht, etc., die Daten gehören dem Konsument. Da hat der Regulator schon mal vorausgedenkt, auch in Hinsicht auf Datenschutz, etc. Der kann nicht irgendeiner Google oder so einfach übernehmen und dort ein Geschäft draus machen. Das Ganze ist eigentlich auch regulationskonform, weil wir eben hier die offene Sicht darin nehmen, das Ganze nachvollziehen können. Blockchain findet ihr heute im Energiebereich, in verschiedensten Bereichen, im Metering-Bereich, im Grid-Management, Dezentralisierung, genau das, wo wir im Hauptbereich sind, IoT-Steuerung oder eben das Lade von Elektrofahrzeugen. Wenn wir das mal zusammenfassen, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch schon mal gesprochen von dieser Infrastruktur, Welt von physischen Gütern. Jetzt kommen wir in eine digitale Welt hinein, jetzt verknüpfen wir diese miteinander. Und das ändert die Geschäftslogik komplett. Ich möchte euch das kurz noch zeigen, an einem Beispiel, wo wir jetzt sagen, wir nehmen eine Batterie, zehn Häuser in einem Quartier, die haben alle Photovoltaik, technisch ist das möglich, wir tun ein paar Batterien im Boden. Wenn Stromüberschuss entsteht, befüren wir die Batterie, füllen sie, und wenn ich nachher schlechtes Wetter habe, können alle die zehn Häuser wieder Strom rauszugen. So, eine Blockchain hinterher kann das vollautomatisch abwickeln, was der wirtschaftliche Kreislauf anbelangt. Wenn ich euch eine Batterie verkaufen würde, für euer einzelne Haus, dann nenne ich die Güterlogik. Ihr habt eine Batterie, ein physisches Gut, das ist ein Endprodukt, das ihr verbraucht. Ihr seid der Käufer von diesem Produkt. Ihr habt die Speicherkosten pro Megawatt. Es ist eine Einwäg- Kommunikation. Ihr als Firma verkauft euch das. Ihr seid der Einzige, die besitzen das. Ihr teilt das auch nicht. Wertschöpfung besteht in der Hardware, Forschung entwickelt, Produktionskapazitäten aufzubauen etc. Wenn wir aber hergehen und sagen, die Batterien verkaufen wir nicht. Die Batterien bringen wir zusammen. Wir nehmen Einheiten zusammen, machen autonome Off-Grid-Zellen. Daran können wir ganz anders denken. Dann haben wir plötzlich eine servicedominante Logik. Die hat nämlich Ökostrom für 24 Stunden. Und nicht Ökostrom, wenn der Sonne hat oder Wind hat. Man kann plötzlich Energie speichern. Und die können wir zusammenspeichern und die können wir zusammen wieder nutzen. Das ist ein Service-Aspekt. Die Rolle des Gutes ist eben der Speicher als Service. Wir sind eine Co-Creation drin. Wir sind Prosum. Wir konsumieren und produzieren gleichzeitig. Und weil wir uns verbinden, können wir eigentlich alle von uns in Konsumenten- und Produzenten-Rolle sein. Wir haben Unabhängigkeit. Wir haben Sicherheit in den kleinen Zellen innen. Weil der Strom natürlich speichern. Und ich habe hier eigentlich eine Zwei-Wäge- Interaktion. Ich sehe immer, was passiert mit dem Kunden. Es sind wieder wichtige Daten, die wieder hilft, für andere Zellen zu optimieren, für das Gesamtsystem zu optimieren. Das sind Daten, die uns heute in dieser Logik gar nicht zur Verfügung stehen. Wir haben einzelne Batterie, die ist nicht verbunden irgendwo in einem Ökosystem. Die funktioniert isoliert für sich. Also wir brauchen hier eine Gesamtbetrachtung, eine systemische Betrachtung. Und da verändern sich die Geschäftsmodelle. Und was wir sagen, wir wollen eigentlich Green Off-Grid Energy as a Service. So kleine zentrale Einheiten. Das ist das, was jetzt Nicola erklärt wird, was unsere Idee ist, wie dorthin kommen kann. Ich habe versucht, aufzuzeigen, was sind die Treiber. Wie kann man den Energiewandel greifbar machen? Welche Rolle spielt die Blockchain? Blockchain selber kann die Nachhaltigkeit unterstützen, indem wir die autonomen Zellen schaffen, aber gleichzeitig ein globales System, wo alle ihre Zellen oben drauf haben, sodass wir wiederum eine globale Infrastruktur zur Verfügung haben. Wir wollen ein Pilotprojekt realisieren, wo wir dann eigentlich das demonstrieren können, dass die vereinten Erkenntnisse, die Oliver erläutert hat, zusammen funktionieren können. Dazu komme ich auf ein Modell zu sprechen, als eigentlich das Ziel eines nachhaltigen off-grid-Energie-Ökosystems. Und das muss verschiedene Bedingungen erfüllen. Wenn wir solche Einheiten schaffen, oder Entities auf Englisch gesagt, müssen wir ja mal sicherstellen können, dass diese völlig unabhängig von der normalen Grid funktionieren. In logischer Konsequenz müssten solche Einheiten eigentlich die Möglichkeit haben, die Stromversorgung ohne Abhängigkeit zu anderen weiteren Energieversorgern Und so wird eigentlich ein Modell aussehen von solchen Off-grid-Sellen. Und so wird auch ein Modell aussehen vom Pilot, den wir in Fuerteventura zusammen mit der Regierung, das ist das Cabildo der Kanarischen Insel, in einem Technopark einem alten Flugplatz in Fuerteventura realisieren können. Ihr seht hier, wir werden uns als Plattform aufstellen. Im Mittelpunkt haben wir das Energiemanagementsystem, das eigentlich funktioniert, so wie es Oliver erläutert hat. Ich gehe dann noch gleich darauf ein. Ich würde es viel lieber Loom-Managementsystem nennen, nennen wir es aber jetzt doch so. Und funktionieren so eigentlich als Plattform. Und zwar bringen wir die verschiedenen Akteuren, die nötig sind, damit man so eine autonome Zelle erschaffen kann, auf die Plattform, damit sie zusammen ökologisch und sogar ökonomisch getrennt sind von den äusseren Bedingungen. Wir haben hier zum Beispiel eine Stromversorgung, also ein Produzent. Dieser kann in Form von Sonnenenergie oder Windenergie oder einem Mix ein Park sein, welches die Stromproduktion gewährleistet, welches das in die Off-Grid-Zellen einspeist. und wir haben natürlich den Kunden von dem, eigentlich den Konsument, hier aufgeführt. Das ist noch etwas von unseren alten Schienen, wo wir Mining betreiben wollten. Wir werden für einen Pilot irgendeinen Konsument finden müssen, weil wir es off-grid werden machen. Und wir sind dort uns um überlegen, dass wir vielleicht einen externen Mining Operator nehmen, weil der stellt eigentlich die Anforderung 24-7 Strom zu beziehen perfekt für uns, um das zu demonstrieren. Und was auch noch gut ist, dann versteht Blockchain und ich denke, es ist sicher auch einfacher mit ihm, das hier zu realisieren. Das ist der Konsument. Der Oli hat erwähnt, es gibt auch die Prosumer. Das ist jetzt zum Beispiel ein Haus, das eine Photovoltaik-Anlage hat, das vielleicht durch den Tag eine Überkapazität hat und die will zurückspeisen ins Netz. Aber vielleicht in Nacht abhängig ist vom Netz selber, weil er eben nicht mehr produzieren kann. Und vielleicht ist für ihn die Energiespeicherung allein ein Thema, das man vielleicht finanziell nicht bewältigen kann. Aber wenn er eben in so eine Entity integriert ist, haben wir plötzlich noch den weiteren Akteur, den Energiespeicherer. Und wenn man dort schaut, heute wird viel mit Lithiumbatterien geschaffen, wir wollen grün sein. Das heisst, wir wollen eigentlich auch neue Technologien fördern. Und wir haben auch festgestellt, dass es diese Technologien gibt, dass sie einen ziemlich hohen Reifengrad haben. also es gibt zum Beispiel ein Start-up, das heisst Hydrogenics. Ihr Konzept ist, dass man mit dem Strom, mit dieser Applikation Wasserstoff herstellen kann. Der Wasserstoff funktioniert nachher aus Energiespeicherung. Und wenn man dann den Bedarf hat, wieder Energie zu beziehen, kann man mit einer Brennzelle den Wasserstoff wieder in Energie umwandeln, also in Elektrizität und den nutzen. Und was hier dann Schönes entsteht, ist, dass eventuell, und das ist vor allem gerade in Fuerteventura spannend, wir haben zweieinhalbmal mehr Sonneneinstrahlung als in der Schweiz oder in Mitteleuropa. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich durch den Tag, wenn die Sonne stark scheint, ziemlich viel Überkapazität haben. Und unser Ziel wäre eigentlich, für den Piloten, dass man dort wirklich dem Pilot Kraft verleihen kann, dass wir so viel mehr Wasserstoff produzieren, dass man plötzlich einen sekundären Markt erzeugen kann. Dass wir plötzlich, und darum haben wir auch die Zusammenarbeit mit der Regierung, sehr eng, dass vielleicht die plötzlich sich entscheiden, das Bössystem, das sie haben, in Fuerteventura mit Wasserstoff zu betreiben. Wir haben dort eine richtige Sandbox in Fuerteventura, in der wir solche Sachen ausprobieren können. Fuerteventura als eigentliches Lab, also Laboratorialabor wird funktionieren. Wir haben zum Beispiel auch sehr viel Tourismus, also wir haben Hotels, die sehr viel Strom beziehen, wir haben Mietwagen, von allen möglichen Autoherstellern, sieht man dort Mietautos umeinander, man könnte dort einen Testmarkt erzeugen für Wasserstoff zum Beispiel. Und das ist das, was wir dann auch in einem weiteren Schritt anstreben wollen. Und ihr seht so langsam, dass die Plattform, wie wir sie gestalten wollen, dass das funktionieren kann, offen muss sein, dass wir die einzelnen Akteure nicht konkurrenzieren, dass die gerne auf die Plattform kommen, weil sie abhängig voneinander sind und sie können einander helfen. Und dass plötzlich noch weitere Akteure, die gar nicht direkt mit Stromversorgung zu tun haben, sondern in logischer Konsequenz aufgrund von diesen neuen Technologien auch plötzlich darauf kommen, kann das Fuerter wie ein Touraprojekt Schritt für Schritt wachsen. Und das ist unsere Idee. Und wie schaffen wir das? Es braucht ein Energiemanagementsystem, das die Akteure zusammenbringt. Es muss Vertrauen da sein, man muss Transaktionen machen können. Dafür haben wir sicher Blockchain aus möglichen Technologien, die uns dort unterstützt. Wir wollen es nicht nur ökologisch als unabhängig machen, sondern auch ökonomisch. Es braucht also irgendein Zahlungsmittel, das wir dort haben, das die Leute akzeptieren und das Ganze auch monetarisieren kann. Wir brauchen ein Mobile User Interface. Am Schluss sollte doch für jeden Akteur es ganz einfach sein, das zu erkennen. Also hinten dran die ganzen Hashgoods und die ganze Programmierung kann man selber auch nicht von diesen Bereichen kennen, weil wir zu wenig aus der Tiefe hineingehen. Ich möchte einfach ein angenehmes User Interface haben, wo ich genau sehe, wie viel produziert mein Solarpanel, wie viel geht es ab, wie viel habe ich verdient oder wie viel muss ich zahlen. Und das alles simultan und einfach so abläuft. Dann haben wir die Möglichkeit, viele Akteure darauf zu bringen. Aus Lab's Machine Learning, wo man dann aufgrund von diesem ganzen Netz Daten haben kann. Ich meine vor allem nicht die Daten, die jetzt der Konsument schützen sollte, die man dann vielleicht auch verkaufen kann, wenn man das für Marktzwecke verwenden möchte, sondern Daten, die Machine Learning, die wieder im grossen ganzen Haufen, die ganze Entity, die ganze Einheit effizienter zu gestalten, damit wir dort auch die Dekarbonisierung erreichen und wirklich 24-7 unabhängig sind. Dort sind die vier Tests zum Abschliessen, die für uns wichtig waren. Wir brauchen eine demokratische Plattform, damit überhaupt die Akteure darauf kommen. Wir wollen mit dieser Plattform dekarbonisieren, wir wollen emissionsfrei arbeiten, damit wir die Energiewende schaffen können und das hier in einem Pilot aufzeigen. Wir wollen auch physisch dezentralisieren, damit wir solche Zellen arbeiten, die unabhängig voneinander funktionieren. Und wir wollen das Ganze digital aufbauen, damit man dort die Technologien von der Digitalisierung voll nutzen kann. Wie sieht das dann aus? Also wenn man zum Beispiel so eine Entity hat, wäre eigentlich das Ziel, dass man weitere Entities, also Einheiten, dort erschaffen, die in sich die Stromversorgung sicherstellen. Das wiederum läuft über unser Illum-Management-System, sie sind wieder miteinander vernetzt, so wie es Oliver erwähnt hat. Wir können die Daten sammeln, wir können sie effizienter gestalten und wir können natürlich eine Plattform bilden, die ökonomisch und ökologisch funktionieren kann und wo jede einzelne Entity wieder von allen anderen profitieren kann. Aus Letztes sagen ich noch ein bisschen, um den Pilot in Fuerteventura ist da sicher auch nach der Präsentation zur Verfügung, weil er spezifische Fragen hat zum Start-up oder zum Pilot in Fuerteventura. Wir haben die Chance, in der Kanarischen Insel in Fuerteventura einen Pilot zu machen. Wir haben bereits die Lizenz vom Technopark, wo wir dort eigentlich eine Sandbox haben, wo wir selber ausprobieren und testen können und uns überlegen, wie wir den Pilot realisieren wollen. Also wir haben auch einen Ingenieur im Team, der uns dort unterstützt und das planen, wo wir dann eigentlich in Form vom Technopark das aufzeigen können. Und dann mit dem Ziel, in Fuerte mal sicher lokal zu vergrössern können, weitere Entities zu arbeiten, die voneinander profitieren können und dann sicher auch in einem nächsten Schritt vielleicht über Fuerteventura hinausgehen. Und das wäre eigentlich auch die Vision, wo wir haben, dass wir ein System haben, das global funktionieren kann, weil die Bedürfnisse eigentlich überall die gleichen, und wo eigentlich global dorthin gehen kann, was solche Projekte gesucht sind. Was haben wir bis jetzt gemacht? Irgendwo im 16 haben wir eine Idee gehabt, dass man so eine Plattform machen kann. Mein Bruder ist vor rund vier Jahren ausgewandert in Fuerteventura. Das Thema ist mit Leuten zusammengekommen, die schon im Blockchain-Bereich Projekte realisiert in Fuerte. Das ist ein spannendes Projekt, FuerteCoin, das das KMU in Fuerteventura fördern sollte, weil viele die Rüsten dorthin gehen und in den Hotels bleiben. All inclusive hatte diese Idee, man könnte irgendwo eine Währung machen, wo sie dann nur lokal ausgeben können. Anstatt dass die lokalen Firmen dort das Geld in Werbung anlegen, könnte man es z.B. in FuerteCoin anlegen, dass jeder Tourist so ein FuerteCoin bekommt und dort eigentlich aus dem Hotel rausgezwungen wird, weil man weiß, es hat Wert, mit dem kann man etwas kaufen, und dass man dort auch ausserhalb der Hotels shoppen. Das war nur nebenbei, dass die existierenden Ideen waren, neben dem noch ein Co-Founder im Bereich der Neubaren Energie gearbeitet hat. Meine Brüte hatte eine Marketingagentur in Fuerteventura, die immer noch läuft. Im Dezember hat man das begonnen und sich überlegen, ob man mit Blockchain arbeiten könnte, das dezentral gestalten könnte. Wir haben dann im Februar Kontakt gesucht mit der lokalen Regierung. Vor allem der Technopark, der leer steht. Fuerteventura ist nicht so interessant für die KMU dort. Der Technopark wäre für das KMU. Das sind mir für sie perfekt geeignet, das Projekt das KMU bringen können. Dort haben wir den vollen Support von ihnen. Wir haben erst einen Seed gemacht im Frühling, wo wir Geld gesammelt haben, damit wir die Ideen weiter konzeptionalisieren können. Dass wir auch eine Firma gründen können. Dass wir bereits die ersten Mitarbeiter für das Projekt arbeiten können. Wir sind auch ein Start-up, wir müssen uns auch irgendwo finanzieren. Wir haben im Bereich Research und Kontakt mit der Finanzmarktaufsicht in Leichterstein Kontakt gesucht. Da kann ich vielleicht auch noch Auskunft geben, warum Leichterstein ausgewählt haben. Zum Beispiel aus möglichen Projektleiden. Wir besitzen das Wichtigste eigentlich. Wir haben das bewilligte Pilotprojekt. Also wir können loslegen. Der nächste Schritt ist, dass wir private finanzieren wollen. ein Pilotprojekt und die Plattform integrieren. Wir wollen sie weiterentwickeln. Wir wollen die Plattform lokal dort ausbauen. Wir wollen kleine, weitere Zellen erschaffen, kleine Projekte machen. So eine Entity kann ganz klein sein. Es können zwei Nachbarn sein, die sich ein Solarpanel teilen. Es kann aber auch grösser gehen, sodass wir ein Projekt machen wollen, das man auch skalieren kann. Irgendwann wäre die Vision, global expandieren können. Und dort vielleicht auch für ein Kapital angewiesen sein. Aber wir haben dort eine wesentliche Änderung gemacht, wie wir vorgehen gegenüber dem, was wir im Prospekt entnehmen konnten. Das vielleicht noch, da kann ich jetzt nicht gross auf ein. Ihr könnt das lesen. Vielleicht habt ihr noch gefragt, wie könnt ihr dazu beitragen? Wer dir die Idee interessant findet und Inputs geben. Wir sind sehr offen für Feedback. Und auch froh dafür, wenn ihr uns auch unterstützen könnt. Ihr könnt uns natürlich auch helfen, wir als Fachspezialisten, oder wenn ihr wissen, es gibt sicher irgendwo vielleicht andere Projekte, die uns helfen können. Wir wollen dort eine offene Plattform erzielen, die im Gedanke Open Source Rechnung trägt, weil wir auch das Gefühl haben, dass die Zukunft und vor allem die Energiewende so gemeistert werden kann. Ich schlage vor, dass wir in eine offene Diskussion reingehen. wo wir Fragen stellen können, wo wir auch gewisse Sachen zusammen diskutieren können. Wir können auch die Folien wieder verwenden. Ich gehe sonst am besten vielleicht mal wieder auf diese Folie zurück, weil dort eigentlich die wichtigsten Sachen visualisiert sind. auf diese Folien zu machen. Merci vielmals. Ich glaube, das würde auch einen fundamentalen Wandel in der Gesellschaft bringen. Und ein Punkt hätte ich noch hervorhaben. Was hat mir so gut gefallen an diesem Projekt ist die Inseln. Wir sind auch schnell abgetrennt, vor allem. Physisch. Hier sind wir verwoben in ein System mit der EU etc. Das ist viel komplexer. Die Inseln können wir noch so anpacken. Wir haben eine Regierung, mit denen wir noch mit reden können, die jetzt auch dahinter steht. Das Ganze supportet. Und es gibt ganz andere Möglichkeiten. Interessant ist ja, dass die Insel heute energietechnisch nicht altark ist, was sie eigentlich könnte sein. weil eben genau nicht Open Energy als Idee hintendran steht, sondern handfeste wirtschaftliche Interessen. Und so traurig das auch ist, der grösste Teil der Energie wird dort fossile erzeugt. Und das ist für uns eigentlich ein guter Testmarkt um zu zeigen, so zählen sie möglich. Und wo sehe ich die im Entstehen. Ich sehe den Markt nicht primär jetzt hier, wo wir sehr hohe regulatorische Anforderungen und so weiter haben, sondern in aufstrebenden Wirtschaften. Wenn wir irgendwo sehen, in Indien, in Brasilien und etc., was die im Moment auch Infrastruktur aus dem Boden stampfen. Wenn man dort so Quartiere aufbaut und von Anfang an solche Modulen einbauen kann, dass die eben autonom sein können, dann haben wir schon ganz andere Städte-Konzepte, dann kommen wir einer Smart City etc. viel näher. Das heisst, der Riesenvorteil von all diesen Ländern ist, die können grünen Wiesen starten. Alles was wir hier machen, müssen wir immer das Bestehende überwinden. Und schon das kostet viel Energie. Also das vielleicht noch als Ausblick, wenn wir sagen, wir wollen mit dem global gehen. Das ist natürlich am interessantesten, wo die neuen Systemmomente stehen, wo man den Einfluss nehmen und nicht gegen das Bestehende ankämpfen muss. Also jetzt eine ganz konkrete Frage. Und zwar jetzt meine E-Pro-Sundenummer. Ich werde jetzt im 4. Viertura in einem Technologiepark. Ich habe mein Häuschen dort. Solarzellen druck für ein kleines Windrad nebendran. Und ich brauche normalen Strom. Wahrscheinlich brauche ich Strom für meine Klimaanlage. Was brauche ich an Hardwarekomponenten, damit ich das mitmachen kann? Gibt es irgendein Gerät? Oder sagen, das ist jetzt eigentlich der Strom, den ich produziere und der Strom, den ich verbrauche. Wie ist die Vision von euch? Verkauft ihr das Gerät? Verkauft ihr das Protokoll? Sind die offen? Oder irgendwo müsste ich Geld verdienen? Und irgendwie müsste ich schauen, dass die Leute mitmachen können. Genau. Jetzt hat es hier auch wieder zwei Komponenten. Wenn wir von dieser Plattform sprechen, dann ist die Plattform eigentlich zu sehen im Open-Source-Gedanken. Die Plattform soll eben genau die Offenheit haben. Wir können nicht einen Standard durchsetzen, Sondern es sollen verschiedene Arten von diesen Modulen entstehen können, so dass man sie miteinander koppeln kann. Wir versuchen dort diese Ebene hinzubringen. Und da sind viele Fragen und darum haben wir uns entschieden, für diesen Lab-Ansatz um genau diese Fragen zu adressieren. Wir haben schon Anfragen von grossen Herstellern, über Siemens etc. die jeder spannend finden. Weil sie genau wissen, wenn ich heute irgendein Siemens-Gerät kaufe, dann funktioniert das sicher mit allem anderen von Siemens. Aber es funktioniert irgendwie nicht, wenn ich irgendein Google Nest einbinden möchte. Dort auf der Stufe Smart Home haben wir im Moment eine riesige Krise-Müse, die uns nicht dorthin bringt. Und wir wollen eigentlich die Plattform unendrunken, also sozusagen das Fundament bilden, das nachher ökonomisch oben drauf stattfinden. Geld verdienen oben drauf. Aber irgendjemand muss mal die Plattform an den Hang nehmen, damit das Ganze entstehen, damit ein Ökosystem oben drauf entstehen, das überhaupt so kleine, autonome Zellen wirtschaftlich überhaupt rentabel machen kann. Das ist die Motivation von uns. Ich brauche ja trotzdem ein gewisses Stück Karten und Software um mitzumachen. Genau. Ich brauche allefalls die Leistungsregulierung meiner Solarzellen muss ja irgendwo eingebunden werden. Das muss irgendjemand bauen. Also die Komponenten gibt es und so Komponenten testen wir. Das gibt es eben nicht, weil ich ja nur mit Siemens Anlagen spreche. Die wollen jetzt etwas Neues machen, wo alles miteinander reden kann. Kann ich das noch konkretisieren, wie das funktionieren soll? Also jetzt sind wir zwei Ebenen. Wir sind auf dieser Ebene hier. Auf dieser Teufel. Das hier ist in sich ein Bereich. Wir stellen den Gesamtbereich her. Für das können überhaupt das ermöglichen, dass wir so eine autonome Zelle an einem grösseren ganzen Teil haben. Und dann haben wir heute so, so, es gibt einfache Geräte, das sind zwei Jahre bei mir installiert, ein Smappy beispielsweise. Ich wusste vorher nicht, was Strom ist. Es hat keine Bedeutung für mich. Das Ding habe ich einfach an meiner Stromleitung drin. Jedes elektrische Gerät hat eine eigene Signatur. Wenn ich heute auf die Smappy App gehe, sehe ich jetzt den Toaster an, ich sehe jetzt den Bachhofen an und plötzlich hat Strom für mich eine Bedeutung. Und ich weiss auch, was Strom frisst. Vorher hat Strom keine Bedeutung. Der Smappy hat sich weiterentwickelt. Da kann ich heute Photovoltaik einbeziehen. Die neueste Version kann ich jetzt den Batteriespeicher einbeziehen. Und das funktioniert schon unabhängig. Das sind die Komponenten, die wir heute einsetzen. Und über das Leben möchten wir eigentlich auch die Möglichkeit geben, dass die Hersteller, die heute, das haben wir auch im Softwarebereich gehört, ein proprietärer bauen, vielleicht von umdenken. Oder respektive, dass wir genug Momentum hier erzeugen können, dass eine offene Welt entstehen können. Die Welt, in der wir heute sind, die ist geschlossen. Die fängt damit an, dass ich heute nicht mal mein Stromlieferant wählen kann. Für das Regulatorium? Genau. Vielleicht noch zu erwähnen, zum Beispiel im Pilot ist uns natürlich, das ganze Thema ist natürlich transparent so wichtig. Und was wir hier auch machen wollen, das ist jetzt ein Modell. wir werden jetzt im Fuerte wahrscheinlich am Anfang kein Prosumer haben. Wir werden irgendeinen Konsument haben, der Strom bezieht, und einen Produzenten und Energiespeicherer. Wir wollen die Plattform so offen machen, dass die Energiespeicherung nicht nur in Form von Wasserstoff gemacht werden kann. Und da müssen wir irgendeine Offenheit haben. Es gibt zum Beispiel eine Technologie, die Energie in kinetischer Form speichern kann, die darum sehr viele Preisen ab und Start-up. Wir wollen offen sein für diese. Wir wollen die Akteure herbringen, denn in gewissen Regionen macht er vielleicht mehr Wind Sinn, in gewissen Regionen macht er Solar Sinn. Also man muss die Offenheit haben. Im Pilot, gerade wenn es darum geht das Measurement, also dass man Daten messen kann, werden wir sicher pro Ort, wo man einen Sensor z.B. in Produktion, in Konsumation oder bei Speicherung, werden wir z.B. mit verschiedenen Sensoren arbeiten, die die gleiche Aufgabe erfüllen. Z.B. drei Sensoren pro Ort, damit wir auch die Daten haben und schauen, wie fest die voneinander abweichen. Anbieter macht es am besten. Und irgendwo, wenn wir dann auch offen sind, das ist halt die Schwierigkeit, wenn man z.B. in das Apple System hinein will, wenn man ein MacBook hat, muss man eine Apple Smartwatch haben, wenn man will, dass es sauber miteinander funktioniert. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen, wenn wir Open Source wollen. Aber da haben wir sicher auch Herausforderungen. über ein Lab machen, ist unsere Idee, das Lab auch so offen zu machen, dass die Akteure kommen, weil sie auch ihr Potenzial in Zukunft sehen vielleicht in so einem Bereich. Und dass man die Projekte und die Produkte vielleicht offen macht in diesen Bereichen, dass das auch miteinander funktionieren wäre sicher ein Ziel. Vielleicht eine Frage an euch. Wer von euch will energieunabhängig sein? Das ist die Frage. Es sind viele Sachen, ich habe nicht gehört, sie sind nicht möglich, die heute möglich sind. Und es braucht eben Leute, die daran glauben, das Unmögliche möglich zu machen. Ja, was ich noch nicht ganz dringend gesehen habe, ist, ähm, dass das Ganze würde funktionieren, baut man eben auf das bestehende Netz aus? Nein. Aber nicht. Nein, wir sind vom Netz entkoppelt. Autonom. Unsere Idee ist grundsätzlich, unser Start-up, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, wie gehen wir in den Markt hinein? Wir müssen ja irgendwo dann auch anfangen. Das klingt sehr gut mit den Piloten. Kann man sicher auch gross machen. Aber man hat ja bestehendes Netz. Und gerade wenn man die Schweiz anschaut, wie Oliver gesagt hat, das war schon einmal Staatsauftrag vor Energieversorgung. Das sind grosse Akteure und die beherrschen Grit, so wie Swisscom zum Beispiel das Telefonnetz beherrschen. Und das können wir nicht aufbrechen mit unserem Start-up und sagen, hallo, hier sind wir, jetzt arbeiten bitte mit uns. Also dort, wo wir nachher gehen wollen, wenn wir über Fuerteventura rausgehen wollen, sind eigentlich dann im Markt, wo liberal sind. Also sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein neues Haus baut, mit eurem Nachbarn oder Gemeinschaft bildet, und können sagen, wir wollen das, wir würden gerne autonom sein. Oder zum Beispiel in aufstrebende oder Entwicklungsländer, die geografisch gut gelegen sind, wo man solche Projekte realisieren kann. Und das können am Anfang ganz kleine Projekte sein. und je mehr auf unserer Plattform Plattform haben, mit dieser Grafik, die ich vorher gezeigt habe, und je mehr autonom funktionieren können, umso mehr Gewicht verleiht durch diese Plattform und umso interessanter sind wir vielleicht dann, wenn wir so offen sind, dass man dann plötzlich in einem Smart City-Projekt mitarbeiten kann. Das ist ein wichtiger Punkt von dieser Unabhängigkeit. Man hat gehört, man hat die Unterstützung der Regierung. In dieser Regierung sitzt auch der, der das Energiesystem kontrolliert. und er hat das auch abgenickt, weil er gesagt hat, keine Konkurrenz, er hat noch nicht begriffen, was da eigentlich entsteht. Aber es ist genau da, darum kommen wir auf die Idee. Wir reiben uns an dem Bestehenden auf, oder? Wir wollen uns nicht unsere Energie dazu verwenden, das Bestehende zu überwinden, sondern das Neue zu schaffen. Das ist ein ganz wesentlicher Treiber für uns, rein von der Philosophie des Projekts her. Weil sonst sehen wir nicht, wie wir das stimmen können. Ja. Ja, aber das Potenzial ist natürlich ein Risiko in der Schweiz. Beispielsweise. Ja, können wir hier Eigenverbrauchsgemeinschaften machen. Wir haben eine bestehende Infrastruktur, oder? Und, äh, wir haben jetzt gerade das Projekt, das wir hier eingegeben haben, was ist die optimale Grösse von so einem Smart Marker, so von so einem dezentralen System. Und wenn wir diese dezentralen Systeme haben, die können auch darst, die müssen aber aus meiner Sicht nicht, dann können wir sie über die bestehende Infrastruktur, das ist die Kupferplatte, wie wir sagen, dann können wir sie natürlich wieder optimieren. Genau. Aber sie ist in der Vision und es ist ein Teil Schritt, den man halt, ähm, weiter überlaufen. Aber ich finde es gut, dass man sich mal auf einen Pilot fokussieren, der nichts damit zu tun hat. Genau. Wir hoffen, wir hoffen natürlich darauf, dass sich die bestehende Welt so veröffnet, dass man so etwas abfropfen kann. Die Gegebenheiten sind heute aber eigentlich noch nicht da, aber wir wollen bereit sein, wenn es kommt. Und dann haben wir noch Vermittlung Investitionen in Netzausbau, das sind riesige Fehler. Ja. 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 Noch weitere Fragen? Ja. Du hast ja hier die einzelnen Zellen noch, die verschiedenen Zellen aufgelistet. Hier oder? Ja, eben vorhin. Ja, sorry. Du hast ja vorhin noch gesagt, wenn du zum Beispiel mit dem Nachbarn eine Gemeinschaft bilden oder so, wäre das dann wie abgetrennt oder bist du dann gleich im gesamten System? Die Idee ist eigentlich, dass so eine Einheit in sich selber ihre Probleme selber lösen kann oder dass sie autonom sind. Aber sie sind dann verbunden über die Gesamtplattform. Datenaustausch und das gleiche System nutzen, die gleiche Plattform eigentlich nützen. Also in der Schweiz hat es da eigentlich noch einen Netzauschluss? Mhm. Was wichtig ist, die Plattform, das ist vielleicht noch zu wenig durchgedrungen, die Plattform ist auch da, um unterdrungen das Ökosystem zu schaffen, sodass die einzelnen kleinen Zellen hier wirklich altark funktionieren können, aber unterdrungen ein Wirtschaftssystem haben, das dann wieder diesen grösseren Effekt bringen kann. Wenn wir für jede Zelle einen eigenen Coin machen gehen, dann ist das nicht lustig. Aber wenn wir das verbinden und jeder, der so eine Zelle hat, und wenn wir die später verbinden können über das bestehende Netz, dann entsteht der Gesamtwert dieses System. Und da kann jeder wieder, auch der Konsument daran partizipieren. Daran partizipiere ich heute eigentlich nicht direkt. also dort ist der demokratische Aspekt eigentlich, den wir in den Brei bringen. Ja, aber das ist das Ziel, dass wir das einfach immer in die gesamte Plattformen errichten. Das wissen wir heute noch nicht. Es gibt verschiedenste Studien, die einen gehen von Quartier aus, etc. Was sich heute anbietet, sind natürlich grössere Wohneinheiten. Ich war gerade an der Vorstellung diese Woche, wer kennt Papierfabriken noch in Deisswil? Dort entsteht so ein Ökosystem. Und zwar als Wohnraum, Arbeitsraum, Begegnungsraum. Geniales Projekt. Und dort hat es so viele Einheiten schon. So viel Dachfläche, so viel Abwasser, Zeug und so. So eine Einheit könnte man wahrscheinlich schon in einem Pilotprojekt auch wieder, in einem gewissen Sinne autark machen. Und wenn wir grössere nehmen, wie unsere Quartiere hier im Westen von Bern, dort hat es zum Beispiel ein Projekt, wo man eine Eigenverbrauchsgemeinschaft macht, wo man es von den Hochhäusern saniert hat und hat jetzt ein Solarpanel. Und dort hat man jetzt auch mit einer Blockchain-Lösung, die notabene noch eine Postfinance zur Verfügung gestellt, das ist noch spannend, da kann man ganz neue Akteure drin rein, kann man dort plötzlich eine so eine Eigenverbrauchsgemeinschaft machen, weil man auch genügend Einheiten hat. Aber unser Gesetz lässt jetzt nicht zu, dass zum Beispiel mein Quartier die Häuser und mehr die Zähne rum, wir können nicht einfach teilen, man muss angrenzende Grundstücke haben, etc. ist noch nicht so liberal. Ich bin noch in einem anderen Projekt drinnen, wo es etwas macht, nur basierend jetzt auf Solarenergie, zum Beispiel in Slowenien. Dort ist so eine Bautätigkeit, die können von Anfang an schon so denken, die bauen die Häuser schon so. Meine Energie heisst für die auch eine gewisse Energieautonomie herzubringen und nicht nur wenig Energie zu verbrauchen, sondern auch eigene Energie herzustellen. Das ist für mich das Spannende an dieser ganze Geschichte. Wenn wir die Welt wollen, müssen wir unser Denken verändern. Wir müssen aus dieser Box herauskommen, wir müssen außerhalb dieser Box denken, um neue Ideen zu bekommen. Die neuen Technologien, die wir hier haben, sind letztlich nur Mittel zum Zweck. Wir müssen herausfinden, wie wir sie miteinander kombinieren können, nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich, damit neue solche Modelle mit dezentralem demokratischem Charakter überhaupt entstehen können. Und da würde uns freuen, jeder Input freut uns, das soll ein Offenungssystem sein, genauso wie eine Open-Source-Software. Also kommen auf uns zu. Unsere Webseite nimmt laufen zu jetzt. Man hat Kanäle da natürlich in den sozialen Medien etc. Wer sich für das interessiert, was sich einbringen möchte oder auch nur möchte am Ball bleiben, und dann meldet ihr euch auf unserer Webseite an. Dann seid ihr da mit dabei. Super. Gut. Noch eine letzte Schlussfrage. Ein Kommentar. Sind wir utopisch? Sind wir einfach Spinner? Ich habe heute Morgen einen gesehen, der eben Open-Source mit geprägt hat. Vor 20 Jahren, ich habe die ganze Dinge miterlebt. Ich habe für Firmen gearbeitet, wie IBM etc. Und man hat gesagt, genau, das sind Cancer Cells, das ist eine ganz andere Welt. Die Leute hat man gefunden, die Spinnen. Aber die haben doch einen Beitrag dazu geleistet, dass sich die Welt verändert und so auch zu einem besseren verändert. Darum reden wir auch heute von Nachhaltigkeit in Software. und so weiter. Gut. Herzlichen Dank. Merci vielmals. Danke. Und wünsche euch auch einen schönen Tag.